In dem heutigen Video möchte ich dir serp-overlap.de ein neues kostenloses Tool, mit dem du analysieren kannst, wie ähnlich zwei Keywords sich in den Suchergebnisseiten darstellen. Und durch das Ergebnis kannst du zum Beispiel ableiten, ob es sinnvoll ist, verschiedene Seiten oder Landingpages für ein Keyword zu erstellen oder ob es effizienter ist, eine bereits bestehende Seite sinnvoll zu ergänzen. Also wer sich mit Inhalt für die eigene Webseite beschäftigt, wird sich mit dieser Fragestellung häufiger auseinandersetzen und für welche Keywords es eben lohnenswert ist, eigenständige Inhalte zu produzieren. Der Serp-Overlap-Score ist ein probates Mittel, um herauszufinden, ob und in welchem Umfang Überschneidungen zu zwei unterschiedlichen Keywords in den Suchergebnisseiten, also in den Serps, bei Google vorhanden sind und eben, ob es dann lohnenswert ist, ein oder zwei Artikel zu schreiben. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das funktioniert. So, nehmen wir mal das Keyword papierloses Büro auf der einen Seite und wir wollen das vergleichen mit dem digitalen Büro oder digitales Büro. Machen wir das mal in Analogie. So, wir haben die Suchmaschine für Deutschland, wir haben Desktop, Mobile oder Tablet. Wir nehmen in dem Fall mal Mobile und haben dann entsprechend einfach den Vergleich stoßen wir an. Und jetzt sehen wir direkt die Ergebnisse. Wir sehen, dass es sechs Überlappungen in den Top 10 Suchergebnissen zu beiden Keywords gibt. Also hier papierloses Büro und digitales Büro haben noch ein paar weitere Werte. Den Vergleich in den Top 10, gleiche Keywords in den Top 3 ist auch nochmal ein ganz wichtiger Wert, um hier nochmal eine etwas andere Gewichtung heranzuziehen, weil die Annahme ist ja, dass die vorderen Seiten einfach etwas besser machen und relevanter sind und von daher haben die nochmal eine etwas höhere Gewichtung. Und so ergibt sich dann ein SERP Overlap Score, den wir auch nochmal entsprechend in unserem Ratgeber genau definiert haben beziehungsweise erklärt haben, wie jetzt diese Werte genau zu verstehen sind. Schaut da gerne mal rein. Der Wert ist ganz grob eine Überlappung auf über 50 Prozent ist in der Regel oder sagt in der Regel aus, dass es ausreichend ist, mit einer Seite zu operieren, weil mögliche Kannibalisierungseffekte auch entstehen können. Liegt dieser Wert darunter, sollte man immer nochmal in die tiefere Analyse gehen, vor allen Dingen auch bewerten, ob es gleiche Keywords in den Top 3 gibt oder Überlappungen in den Top 3. Also da sollte man dann nochmal tiefer in die Analyse einsteigen. Grundsätzlich aber ein ganz wichtiger Indikator, um einen Überblick zu bekommen, besser bewerten zu können und vor allen Dingen auch die Content-Produktion effizienter umsetzen zu können, weil man eben nicht unnötig Ressourcen verschwendet und viel wichtiger, auch aus Google-Perspektive, dass keine Kannibalisierungseffekte entstehen. Denn wenn Google nicht hundertprozentig weiß, welche der URLs ist für das Keyword das Relevante, dann kann es sein, dass Google diese URL auch mal switcht und dann kann es passieren, dass die eigentlich Relevante gar nicht so häufig in der Sichtbarkeit auftaucht. Also ein ganz tolles Tool, was ihr kostenlos nutzen könnt. Und es gibt auch einen Ratgeber, der wird gerade überarbeitet, ihr seht das, hier wird die Berechnung des SERP-Overlaps auch nochmal dargestellt. Was ist der SERP-Overlap, was ist Keyword-Kannibalisierung, dann auch der Bezug zu Themenclustern. Schaut es euch an, serp-overlap.de. Schaut es euch an, serp-overlap.de.